Und so müssen wir dann eh mehr quatschen. Ich muss einführen. DKP, ja, nein. Tja, kommt doch an, wie groß die Votation ist, ne? DKP hat halt einen Vorteil. Zwingst du die Leute zu weit. Kommst du nicht mit, hast du keine Punkte. Kriegst du ja auch nichts. Ich möchte das im Prinzip eh so aufbauen, als Tokens zum Beispiel, First-Need haben, Heiler oder Tanks. Und die meisten Arbeiten anschließen. Warten kommt sowieso hin, ob ich jetzt einen T-Seer-Tragon habe. Ja. Ja, das war in Pikes jetzt auch immer so erlebt. So meistens mit PKP. Also ich denke, der Projekte, wenn wir das in den Raiden, da ist halt nur Würfeln. Und das kann... ... ... ...